... und da freue ich mich riesig, dass Sie gekommen sind. Darf ich vorstellen? Herr Koppelbeißer, unser Gast aus Berlin. Stuhl, Stuhl. Haben Sie Ihr Fernruf? Sind Sie am München? Ja, ich bin einfach müde, aber vielleicht werde ich markieren. Markieren, machen Sie alles, was Sie wollen. Ich bin der letzte Diener meiner Sonntag, das abdecken Sie. Tschöne und Katja. Tschöne. Danke. 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 Ich möchte von dir Ich möchte von dir Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh.